moin moin leute mein name ist lexus in diesem video möchte ich euch mein coole kraftwerk aufbau zeigen ich habe hier ganz hinten in der wüste habe ich gebaut habe dort angefangen habe mir acht kraftwerke aufgestellt und natürlich relativ zeitnah gemerkt okay diese acht kraftwerke die reichen nicht aus und ich möchte die nicht einfach nur stumpf danebene an der stellen das finde ich das sieht einfach auf die dauer nicht aus möchte auch ein bisschen was für die optik haben und habe mir ein video rausgesucht von einem anderen spieler und zwar der lamas gaming channel er dann kohlekraftwerk aufgebaut hat in 28 x 28 und insgesamt hat er 32 kohlekraftwerke verbaut dieses video fand ich so toll beziehungsweise den aufbau weil es halt optisch auch was her macht dass ich mir überlegt habe das ganze so ein bisschen nachzubauen zumindest grob ja im groben nicht alles aber ich werde das ganze im vorspulmodus laufen lassen weil ich rechne damit dass ich ungefähr zehn stunden mit verbringe das ganze aufzubauen also wundert euch nicht und sollte ich zwischendurch pausen machen mache ich daran natürlich katz also wenn zwischendurch irgendwie von tag auf nacht umschaltet und das bruchteil von einer sekunde dann wundert euch nicht dann habe ich dort einfach ein paar minuten pause gemacht wenn ihr noch vorschläge habt oder anmerkungen oder wünsche schreibt mir das gerne in die kommentare ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß bei dem video und dann legen wir los so Musik 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 So, wir sind zurück. Wie ihr sehen könnt, das grobe Muster steht. Jetzt werden Kraftwerke im Bereich von hier vorne, dann an dieser Seite, auf dieser Seite, auf der Seite hingestellt, auf der Seite, der Seite, der und der. Ja, innen natürlich nicht. Innen nutzen wir dann halt für ein bisschen mehr Design. Ja, mit Lampen etc. Und wahrscheinlich auch eine Aussichtsplattform, das muss ich mal gucken. Aber das grobe Muster steht jetzt. Ich habe mir auch schon einen Wasserweg gebastelt, dass, falls ich mal runterfallen sollte, dass ich dann wieder hochkommen kann. Ist auf jeden Fall must have. Ob ich das Ganze hier umbaue und eher in die Mitte setze, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir mal überlegen. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall weiter. Ich werde jetzt erstmal die Ecken ausbauen, erstmal den Untergrund ausbauen, dass das sitzt. Und ich glaube auch das Muster drumherum, also das Muster unten bei den Wasserpumpen, werde ich erstmal vorbereiten, damit wir dann hinterher die ganzen Gerätschaften eben aufstellen können. Und ich glaube, das ist das Muster. Und ich glaube, das ist das Muster. Und ich glaube, das ist das Muster. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, an dieser Stelle musste ich kurz unterbrechen, weil 6000 Beton reichen anscheinend nicht aus, also ich muss jetzt gleich nochmal kurz rüber, mir einen Nachschub holen, denn wir brauchen definitiv mehr. Ja, was machen wir jetzt momentan? Also ich mache eine Zwischenebene und zwar wird jetzt hier überall noch eine Etage tiefer gebaut, einmal ringsherum komplett, denn die ganzen Pipelines bzw. die Kohle, die ja herangeschafft wird, die wird definitiv unterirdisch laufen, sodass man das gar nicht erst sieht. Da fummeln wir gar nicht erst großartig rum mit irgendwelchen Fließbändern oben auf der Plattform, sondern es wird alles unten drunter laufen, das sieht man dann hinterher alles gar nicht. Aber dafür brauchen wir jetzt noch mehr Beton, ich habe nämlich nichts mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Der Stein macht mir zu schaffen. Ich kann es leider nicht komplett identisch bauen. Die anderen drei Plattformen haben ja funktioniert unten drunter mit den Wasserpumpen. Aber diese drei Wasserpumpen musste ich leider außerhalb bauen. Das lässt sich leider nicht anders lösen. Aber gut, ich wollte unbedingt den Stein oder diesen Felsen mit reinpacken in das Design. Also muss ich halt damit klarkommen. Also im Groben und Ganzen steht schon mal alles. Jetzt müssen wir unten den Bereich natürlich noch mit Strom versorgen. Die Pipelines müssen nach oben gebracht werden. Und dann werde ich mich noch darum kümmern müssen, dass die Kohle hierher kommt. Aber da haben wir es super easy. Die Kohle ist hier direkt vor Ort. Da muss ich dann noch schauen, wie ich sie dann insgesamt hineinleite. Aber ich sage mal, so einen groben Plan habe ich schon. Wie wir das Ganze machen. Wir werden das von hier von der Seite mit einer Art Tunnel hier runterführen. Und irgendwo hier an den Seiten gehen wir dann rein. Und ich denke, die Aufteilung dann wird eh hier unten in den Gängen erfolgen. Ich habe ja eigentlich genau die Hälfte. Also ich kann einmal die Seite und die Seite verfolgen mit einem Miner. Und dann kann ich die rechte Seite und hier die vordere Seite mit einem Miner versorgen. Und dann können wir uns ja gerne die Hälfte absorten. Und dann kann ich die Seite undGredest. Und dann kann ich das Ganze um das Ganze amви das Ganze säband zu machen. Und dann kann ich die unten an. Und dann kann ich die Seite und da ein bisschen mit mir tun. Und dann kann ich das Ganze in die Seite. Und dann kann ich das Ganze aus. Und dann kam die Seite mit주세요. Und dann kann ich mich auch abonniere. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020